Das Hotel Adriana liegt in HVAR, HVAR in Dalmatien. Das Hotel Adriana ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 5 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,6 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Eine gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Service. 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer. Sauberkeit. Häufiger Wäschewechsel. Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.